so wir sind zurück und begeben uns wie gesagt jetzt rüber und der kunden mal kurz hier die gegend und dann gehen wir hinten zum westteil wir sind auf dem weg hier rüber da hinten kommen wir ach das ist die verfolge die griffe bösen griffel hier nimmt das so es muss an die ran war das nicht eben drei okay es ist diese war Level 30 Ups Na gut, wir haben einfach mal einen raus Okay, das sieht gut aus Jau, wieder halbe Energie weggehauen Okay, das sieht gut aus Alter, was willst denn du von mir? Nein, da komme ich gar nicht hin, ne? Zumindest mal sehe ich jetzt nicht, wie ich da rüberkomme Hey, jetzt bist du ja schon wieder hier Bist du mir was zu verkaufen oder so? Nö? Okay Alter Komm ich wohl nur mit einem Wasser Pokémon hin, wenn ich eins hätte, was schwimmen könnte Gut Es gibt so keinen Gucken wir mal weiter Äh Äh Bitte Monsterkatze Geist du mir mal wieder Alter Alter Ich bin Först du mir mal wieder Das ist Lədi Er Ich bin Lädi Ich bin Was magst du sagen, welches ist dieser Vulkan oder so? Was das Junge des Königs ist? Das Kleine. Was ist dieser Vulkan? So, jetzt bist du über die Situation. Fühlst du dieser Insel? Was ist dieser Vulkan? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, das war keiner. Wuhi. Alter! Die Küste ist erobert. ich bin wieder weg da hat mich noch in der entdeckung hier raus schauen was hier so bei abend abgeht sehe ich noch was interessantes da hinten wow 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 okay Das ist ein Lager! Ist das deins? Wie läuft die Sammlerei denn bei dir? Och, naja. So, das ist ein Baum. So, das wäre so ein Mega-Pokémon. So, das wäre so ein Baum. 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 So, dann gucken wir mal, was so ein Zwirklop ist. Könnte ein einäugiges Pokémon sein. Ein Zwirklop. Schiffswrack? Da ist ein Schiffswrack. Das ist das einzigste Schiffswrack, was ich hier sehe. Aber das Ding da ist doch kein Zwirklop. Ne, das ist kein Zwirklop. Da! Das sieht mir aus wie ein Zwirklop. Smooth! Da ist das Ding! Da ist es! Alter! Alter! Hilfe! 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 Kämpf! 32er Zwielicht! Oh! Wow! Was ist denn Tamport? Alter! Das sind mir viel zu viele ... Wow! Stand ein bisschen im Weg. Ja tu, was soll denn das? Wow, hier sind ja... Alter, vier Leute! Oh mein Gott! yo was komm lass mich auch mal kämpfen ja alles klar komm zack mach ihn nieder swush all driver noch zwei Stück das ist schon einsam nein nicht gut gar nicht gut gar nicht gut ne ich brauche ein item ich brauche ein item item oder ich wechsle mein pokémon 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 ein wechseln so probieren wir mal mit dem wir haben noch so viel hier boom ok tempo nass schweig attack wow das hat dem aber gut eins zugesetzt ich würde gerne ich würde gerne jetzt nicht so viel abziehen ach das war gut vielleicht kriege ich ihn gefangen ich brauche nämlich so eins ähm super ball werden so komm mal her mein kleiner geist yes das wollte ich genau so haben dankeschön so so jo ha habe ich jetzt den anderen schon eingefangen hier oder was ich muss hin zurück zu den hügeln alter alter das ist wieder so ein zwielichtiges mischt was sagen wir mal ein wann kann ich die uns wo einlösen oder kann ich die schon irgendwie und wo was dafür ergattern uuua er lebt hier wieder qualvoll am Ende der Welt eh was ist mit dir hey was ist mit dir ich soll ich 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 sie ich 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 Das war's für heute. Strand. Gut, noch mal kurz heilen, man weiß es ja nicht, was uns da erwartet. So. Bibi! 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 So. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Superball. Superball. Aber immer noch kein Hyperball. Superball, ey. Was ist das? Scheiße. Okay, was ist das? Hm. Cool. Schicke Sache. Na gut. Gut, da kann ich ja jetzt in Ruhe das Video beenden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen.